Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis, Angeberwissen. Ich bin Saschi und das ist der Marc Hagenbeck und wir reden heute über den 22. November. Heute am 22. November hat Geburtstag Mats Mikkelson, der ist geboren am 22. November 1965, dänischer Schauspieler und seine berühmteste Rolle war wahrscheinlich in James Bond Casino Royale. Ja, ich habe den auch in irgendeiner Serie gesehen, den fällt mir aber gerade nicht an. Ja, mittlerweile ist der ganz, ganz häufig zu sehen, auch wirklich guter Schauspieler, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, immer wenn er irgendwo auftaucht, ist es ein guter Film. Ja, wirklich. Am 22. November ist aber auch noch was passiert. Ja, und zwar ist Folgendes passiert, am 22. November 1975, nach dem Tod Francescos wird Juan Carlos I. zum König von Spanien ausgerufen. Franko, meinst du? Hast du nicht Franko? Franko, habe ich Francesco. Entschuldigung, Franko. Francesco ist der italienische Bruder. Francesco, ich sehe dich, Francesco. Sie, 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 sie. Nein, Franko. Nach dem Tod Frankos wird Juan Carlos I. zum König von Spanien ausgerufen. Und damit beginnt der Prozess der Demokratisierung des Landes. Früher war es so ein bisschen Diktatur. Und jetzt haben wir noch einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages ist, in Deutschland gibt es über 1200 Brauereien. Das ist mal, jetzt sage ich mal, das ist mal nützliches Wissen. Ja, 1200 Brauereien. Und jede Brauerei hat ja mehrere Biersorten. Das ist ja nicht nur eine Biersorte. Das stimmt. Weißt du, wie viel Bier es gibt in Deutschland? Boah, das ist unglaublich. Das sind ja 5 Milliarden Biere mindestens. Das sind ja 5 Milliarden Biere. Das sind ja 1000 Milliarden Hektoliter Bier. Ja, genau. Wenn ihr mehr Fakten und Angeberwissen haben wollt, dann müsst ihr morgen wieder einschalten, am 23. November. Ich sage bis dahin, Cheerio mit Sophie. Macht's gut. Und schaltet wieder rein. Musik Musik Das ist toll, ja,neinhalerator. Musik Bis zum nächsten Mal.